In diesem H5P-Tutorial zeige ich dir den Aufgabentypen Zusammenfassung. Dieser Aufgabentyp eignet sich besonders für den Abschluss eines Themas. Erstelle ein neues H5P und wähle den Inhaltstyp Zusammenfassung. Wähle zuerst einen Titel für deine H5P-Anwendung. Dieser Titel dient auch als Überschrift und Dateiname. Klicke auf Metadaten, wenn du weitere Informationen eingeben möchtest. Die Aufgabenbeschreibung teilt den Lernenden mit, wie sie die Aufgabe lösen sollen. Die Option »In Textfeld eingeben« ist schneller und übersichtlicher als die Eingabemaske. Schreibe jeweils einen richtigen und darunter einen oder mehrere falsche Sätze. Vor dem nächsten richtigen Satz kommt eine Zeile Abstand. Die obersten Sätze sollten eine kurze Zusammenfassung des Themas ergeben. Wenn du möchtest, kannst du für bestimmte Punktebereiche verschiedene Rückmeldungen geben. Bei einer Zusammenfassung gibt es keine Möglichkeit, die Übung gleich zu wiederholen. So sieht die H5P-Anwendung für die Lernenden aus. Die H5P-Anwendung für die Lernenden aus. Die H5P-Anwendung für die Lernenden aus.